Fitness hat mein Leben verändert. Als Ärztin habe ich mich immer um andere gekümmert. Aber ich musste erst lernen, auch mal mich an erster Stelle zu setzen. Jedes Mal, wenn wir trainieren, tust du etwas Gutes für dich. Meine Kurse sind voller Power. Der Moment, an dem du deine Grenzen überwindest, das ist der Moment, an dem du stärker wirst. Ich möchte, dass du dich gut fühlst in meinem Körper. Stark und selbstbewusst. Bereit, alles zu rocken. Ich bin Charlotte Weidenbach und ich bin deine neue Palatantrainerin. Let's go! Ich bin Charlotte Weidenbach.